Musik Sie müssen sich vorstellen, das Wachauer Volksfest steht bereits im 87. Bestandsjahr. Das muss man sich vorstellen. Über 100 Gastropartner und Schausteller sind hier am Gelände mit dabei und es erwartet Sie natürlich ein wunderbares und tolles Rahmenprogramm. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, in diesem wunderschönen Ambiente des Kremser Stadtparks. Ich glaube, das macht das Fest einmalig. Wir sagen aus tiefer Überzeugung das schönste Fest des Landes und ich glaube, Sie werden mir zustimmen, wenn Sie hier in die Runde blicken. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste des Wachauer Volksfestes, vor allem auch liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Veranstalter, Organisatoren dieses Festes, ich sage zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Lieber Andi, er ist schuld, dass ich das Sarko wieder angezogen habe. Ich war schon sehr lächer. Nur in den Medien ist gestanden, das Wachauer Volksfest ist das schönste, das größte, das tollste Fest des Landes. Und ich habe mich daher gefreut auf diesen Termin und bereits nach einer halben Stunde, als ich hier gewesen bin, habe ich gemerkt, es war ein Riesenfehler, dass du noch nie da gewesen bist. Das muss ich nämlich zu meiner Schande gestehen. Das Wachauer Volksfest hier in der wunderscharen, wunderbaren Stadt Krems ist eröffnet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, alles Gute, gute Unterhaltung, viel Erfolg. So, und jetzt wird es spannend. Gehen wir es aus? Wir sind noch bereit. Vorher ein Foto war besser. Vorher ein Foto war besser. Probieren wir es miteinander. Na ja, jetzt. Jetzt. Ja, stell dir vor, das hat nichts mehr. Moment, jetzt muss ich etwas rauskommen. Jetzt müssen wir uns mal anschauen, ob etwas rauskommt überhaupt. Es kommt, es kommt. Meine Damen und Herren, es passt nur das. Ein herzliches Dankeschön. Genießen Sie einen schönen Abend. Holen Sie sich Ihr Bier, kommen Sie heraus. Hier gibt es das Bier. Aha, okay. Jetzt passt, okay. Genießen Sie die nächsten Tage hier beim Wachauer Volksfest in Krems. Fühlen Sie sich wohl. Das Wetter wird passen. Und genießen Sie auch vor allem die kulinarischen Köstlichkeiten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und sage Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018